Willkommen zu einer kleinen Solo-Session. Wir haben einen befristeten Modus, den würde ich mir gerne ausprobieren. Keine Ahnung, ob der jetzt anders ist als der normale Rumble. Probieren wir ihn einfach mal. Und danach möchte ich noch die Wettkampf-Challenge schaffen. Das scheint auch ein neues Lied zu sein. Kenne ich bisher nicht. Oh! Ach, kann das sein, dass unser Wirbelsturm eben Fledermäuse waren? Oh! 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 Nice. Und das war, glaube ich, die Joker-Faust, ne? Wow, null Punkte immer noch. Wahnsinn. Alter Falter, ich kacke ja total ab. Wow. Oh, okay. Ach, nice, 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 nice. Okay, schön. Hey, hey, hey. Okay. Achso, das habe ich jetzt stärker gehabt und ich dachte, das wäre die Faust... Scheiße. Man merkt vielleicht, dass ich den Modus sonst überhaupt nicht spiele. Oh, oh. Oh, okay. 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 Nein. Du steh auf. So. Habe ich die Opel getroffen? Ich habe keine Ahnung. Nein. Nice. Ich denke ich natürlich ganz schlapp mit meinen 82 Pünktchen. Wenn ich die 100 erreiche bin ich glücklich glaube ich. Ah. Mh mh mh. Mein Fehler. Wieder gut gemacht. Nein. Nein. Ach man. Wieso klappt das eigentlich so selten? Fuck. Das war knapp. Das war schlecht. Oh Gott oh Gott. Bin ich froh, wenn das mit schlecht vorbei ist. Nein. Ich dachte das wäre das andere gewesen. Ah. Scheiße. Ich wollte mich schön... Ah. Dreck. Geht das auch nur um die Verlängerung. Ich bin der Gute. Oh Gott. Ich bin der Gute. Ich bin der Gute. Ich bin der Gute. Ah, okay. Okay, können wir auch gleich wieder raus. Wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingsmodus werden. So, beliebige competitive Playlist. Ich würde fast sagen, dann gehe ich wieder mal auf Schneefrei. Fünf Matches. Okay, ich wollte gerade sagen, er findet wieder nichts. Okay. 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 Nee. Oh, oh, oh. Nein. Das gibt's doch nicht. Wie ist denn der an mir vorbei jetzt gerade? Nein. Okay, schön. Läuft, 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 läuft. Doktor Wunderlich, fett Betzes auf dein Name. Ach, Scheiße. Oh, oh. Oh, unglücklich. Unglücklich. Oh, 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 oh. Oh, ich hab nix gesagt. Oh, eh. Oh, Doktor Wunderlich spricht nicht mit uns. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. 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 Kommt aufs Tor. Mann, bin ich doof manchmal. Was ist da jetzt passiert? Mist, ich dachte, oder ich habe gehofft, dass wir auch noch MVP werden könnten. Dann hätte ich die Herausforderung nämlich auch gleich mit weggesnaked. Nein! Ah! Kenn ich. Das war schlicht für mich. Ran, ran, ran. Genau, schön. Oh, der liegt gut ab, der liegt gut ab. Ah! Vielleicht hätte ich holen sollen. Ich weiß nicht, ob man dann schneller ist mit Nitro. Oh, wow. Das hätte schief gehen können. Ich glaube, durch meinen Rampler habe ich Schlimmeres verhindert. Okay, jetzt bloß nicht noch den Ausgleich kassieren. Und abziehen. Der Ball, äh, Puck ist noch im Spiel. Ah. Oh, ja. Cool. Sehr schön. Und auch noch letzte Wurden in der Liste. Nein! Gut, dann geht es hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann. Ich herbst. Oh, das Red... Ich glaube, ich halte ihn vor. Hast du nachhsover? Nein. Vielen Dank.